Hallo, Karin. Jenny, hallo. Ich hab dich wohl gar nicht wiedererkannt. Wie geht's dir? Gut. Ich dachte, du machst Paris unsicher. Ja, Papa hat darauf bestanden, dass ich zurück nach Hamburg komme. Er hat Angst, dass ich in Paris zu viel Party mache. Zu wenig Studierungen. Und jetzt? Studierst du in Hamburg weiter? Nee, erst mal nicht. Ich mach hier ein Volontariat. Du machst hier ein Volontariat? Bei uns? Mensch, das ist ja super, dann sehen wir uns öfter. Jenny, wenn du irgendwas brauchst, kannst du mich einfach... Ärger? Nee, wieso? Siehst du nicht so aus? Kleine Erinnerung an so einen Ausflug. Boah, war mir schlecht. Zu viel Sonne. Du bist gefahren wie eine Irre. Tschüsser. Danke. Du, damit es weißt du, ne? Ich bin hier nicht dein Kindermädchen. Wer sagt denn, dass wir eins brauchen? Herr Dr. Schaffelgerber? Papa hält große Stücke auf Kerrkopf. Boah, das ist ja ein starker Titel. Der Typ ist dermaßen scharf. Die haben vielleicht geflucht. Du machst dich wirklich bei allen unbeliebt. Ein sehr gutes Zeichen. Kommen Sie mit in die Kantine? Ich hab zu tun. Ich nicht. Ich komm mit. Schön. Haben Sie schon die Themen für die nächste Woche für die... Jenny, Jenny. Kommen Sie nachher mit zum Kegeln? Wir feiern den Redaktionsschluss. Bestimmt machen wir das. Ah, schön. Ist was? Du findest Tom Stroker also scharf, ja? Ja. Der ist doch noch in der Stadt, oder? Der spielt morgen Abend mit den Zettlers in der Ernst-Mehr-Halle. Ich finde raus, wo er ist. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Wieso? Mach es einfach. Und wenn du ihn gefunden hast, rufst du mich an, ja? Und hier bin ich heute Abend zu erreichen. Ja, und kein Wort. Zu niemandem. Tschüss. Ja, ich bin wirklich toll. Bis dann? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Tom, Tom, we have to shoot a new cover photo with you. Mm-hmm. What? Because it's crap. Hey, one second. That was my idea. Can you get me a pen? Hey, piece of paper. The idea is not the problem. The idea is great, you know? But it's just fucking lousy implemented, you know? Mm-hmm. All right. That is me. It is iconographic, you know? It's me, Jesus. And my girls, Maria Magdalena, and the other bitches. Look at this picture, Tom. In this picture, you are not the Hauptfigur. But you're Jesus, right? Yeah. Jesus, you are has to be the Hauptfigur, no? Yes. So, but look at this. Tits, tit. One, two, three, four, tits. Tom, everyone will look at these tits, but not at you. You know what? You know what? We can do it. Make the love in space. You know what? You stay. Tits. Fucking tits. Fucking tits. Fucking tits. Fucking tits. Okay. Let's do this. Let's do this. Let's do it. Yes. Let's do this. Was für eine Zunge. Die war so lang und so fleischig. Oh, Wahnsinn. Wenn man so eine Zunge hat, dann braucht man eigentlich gar keinen Schwanz mehr. Denkmann. Oh! 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 Nichts passiert. Das war nur ein Nachmittag. 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 Wie riechst du denn? Ich warf'n total duften Party. Gute Nacht, Brüdo. Wow, das ist echt dein Ernst. Ja, die Fotos sind perfekt, also... Das ist super. Ich muss dann los, nach Genf. Würden Sie bitte die Montagskonferenz vorbereiten, die Themenvorschläge koordinieren? Frau Simone, es muss dringend nachlegen. Schönen Gruß an Nixon! Soll er endlich diesen scheiß Krieg beenden. Das werde ich ihm ausrichten. Du wirst das wirklich durchziehen, ja? Ja. Mach das jetzt einfach. Ach, guten Abend. Guten Abend. Weißt du mal nicht. Komm rein. Schau mal, wer hier ist. Ich hab' leider nicht viel Zeit. Jutta! Sarah. Was für eine Überraschung. BKC, du siehst gut aus. Was machst du hier? Deine Mama war so lieb und sie hat was für mich aufgewacht. Ja, ich hol's mal. Jutta, was soll denn das? Du machst Karriere. Toll, ich lese alles über dich. Ich lese auch alles über dich. Du bist abgetaucht, die Bullen sind hinter euch hier. Was machst du? Was machst du? Hier ist es. Vielen Dank. Was ist das? Nur ein paar Dokumente. Ich muss los. Was ist denn hier los? Vielen Dank, Mama, Frau Wolf. Das nächste Mal bringe ich ein bisschen mehr Zeit mit, dann trinken wir einen Kaffee zu mit einem Kaffee zu machen, ja? Das wär schön. Tschüss. Tschüss. Die Jutta. Mama. Mama. Du weißt schon, dass die Jutta bei der Bader-Meinhof-Gruppe ist, ne? Hm. We chased our pleasures here, dug our treasures there, or can you still recall the time we cried? Break on two, do the other side, break on two, do the other side, break on two, do the other side. Das ist ein bisschen nackt. Ich hätte sie doch früher abgeholt. Oh Gott, das wird ja gar nichts an. Das kann ich nur so an. Ich will gucken. Was will denn sowas sehen? Eine Sauerweiz. Sowas gehört verboten. Das ist verboten einem Jahr schlecht. Das ist doch ein Lager. Das ist doch ein Lager.